Wie find ich die Poesie im Alltag? Wie find ich viel zum Leichtsein, vielleicht auch Leichtsinn? Wie find ich Licht und Liebe und Raum? Wie find ich Freude, innere Freude? Wie find ich aus dem Hamsterrad hinein in ein Riesenrad, das sich langsamer dreht? Wie find ich aus den Pflichten in die Möglichkeiten? Wie find ich aus dem Schwänz leicht? Wie find ich vom Müssen ins Dürfen? Wie find ich zwischen den Zeilen das Lied? Ich lebe in diese Fragen hinein, vielleicht stellt sich irgendwann die Poesie im Alltag... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020